Also wir sind jetzt da bei unserem Kooperationspartner für Druckmaterialien. Schaut mal, da werden wir für den Club 500 verschiedene solche Angebote bereitstellen. Da waren sie absolut super professionell. Und da hinten sind jetzt gerade unsere Experten, Expertinnen, da sehen wir jetzt gerade die Marika und da hinten die Tanja. Tanja. Hallo. Wir freuen uns mit dir, diese Kooperation zu machen. Was sagst du dazu? Hallo. Ich finde es spitze, also tolles Projekt, was ihr da habt. Ich finde es toll, da mit euch zusammenarbeiten zu können. Ihr seht, wir haben hier eine sehr grosse Auswahl. Wir machen vieles ab ein Stück. Es sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich habe in allen Qualitäten was da. Und ja, ich freue mich da auf viele zahlreiche Aufträge, die ich natürlich zu eurer besten Sicherheit ausführen möchte. Genau. Besten Dank Tanja. Und bis ein anderes Mal. Also liebe Kollegen, ganz kurz hier diese Sache hier, das wird super werden mit dem Club 500. und natürlich werden wir hier nicht alle diese Artikel zur Verfügung stellen können, aber einen Teil davon, wo wir dann auch sehr gut für unsere geschäftlichen Aktivitäten einsetzen können. Tschüss.